Hallo, die Folge hat es schon mal wie vorfühlt. Ah, ne gar nicht. Kleine Mistgeburt, ich hasse dich. Willkommen, willkommen. Willkommen. Hast du übrigens, du musst mal den Dreck alles hochladen. Hey, halt die Maul. Achso, meinst du dort hoch? Hast du nicht? Ich hab halt echt Dreck. Also ansonsten stehe ich da halt immer da und denke mir so, soll ich es jetzt hochladen? So wie es ist oder soll ich Levents Perspektive auch noch einbauen? Okay. Warte, warte. Ich geb dir jetzt den Rest. Nein, ich geb dir jetzt den Rest. Okay. Das ist so viel ich. Oder so, ja. Ja, dann geb ich dir aber. Nimm. 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 Aber ich hab keinen Platz in mir unter. Leck mich. Hier. Gib mir den Rest. Hier. Danke. Warte, warte, warte. Hier, werf mal den Müller immer. Hast du ne Spitzhacke? Äh, ja, hier. Gib mir mal ne neue. Ähm. Andesit kannst du haben. Nein, aber die gleiche Spitzhacke. Fleisch kannst du. Hallo, was soll der Dreck? Ich hab keine Ahnung. Okay. Ach so. Ja, dann ist ja geil. Ja, dir, hatte ich genauso viel wie mein... Geil, meine Spitzhacke, hatte ich genauso viel Leben wie dein, die Spitzhacke. Echt? Bereitsich. So. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei dir, aber... Vielen Dank für deinen Müll. Ich bedanke mich bei dir, aber... Ähm... Ah. Ich brauch ne Spitzhacke. Uff. Ah, ich komm gleich. Die Verbote. Bleib geil. So heißt du, für dich die Folge. Wie heißt die Folge? Lieferbote lässt es, gell. Ja, im Müll, Alter. Wenn sie so dort kommen. Was? Alter, halt dein Maul, man. Ich verstehe gar nichts, lieber. Halt aber dein Maul. Such grad Eisen. Damit ich dir eine wundervolle... Im Ofen ist ungeschmolzenes Eisen, aber... Ja, ich weiß, ob schon rauskommt. Oh, mein Inventar war schon Eisen. Egal. Ja, das ist saugut. Wie viele brauchst du denn? Ach Gott, zwei Spitzhacken. Ich mach dir direkt zwei Spitzhacken. Komm, weil du's bist. Nicht zwei. Ach komm, ich mach dir drei. Du hast mich übergeben. Ne. So. Erstmal was essen. So, nur Brot. Ohne irgendwas drauf. So, dann hab ich es. Ich hab's einfach. Ja, eine Farm, da töten wir aber die Tiere, weil wir bist so ein Betzen. Übel, Alter. Du bist in deinem Rechten. Hey. Hey. Danke, ich hab aber nicht so viel Platz. Ach, komm, dann geh nämlich. Warte, 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 nein, nein, nein. Ich geb dir das. Ich geb dir das. Tschüss, ich hab keinen Platz dafür. Jetzt bin ich komplett voll. Vielleicht die zweite Spitzhack aufgenommen. Danke. Dankeschön. Bitte. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich werde diese Ho-E jetzt verbrennen lassen. Why? Auch wenn die nicht... Raus eisen. Tut mir leid. Ich verfehl's diese... Nein. Schau it. Fühl in den Müll. Stop it. Alter, Alter, das waren zwei Eisen. Zwei. Alter, ich hab das nicht mehr weggeworfen. Ach so. Ich hab das schon weggeworfen. Okay, gut. Äh. Ähm. So. Boah, wie viel Diorit brauche ich denn bitte. Hör auf. Ich hab keinen Bock mehr. Ach so. Hast du noch Glas? Wenn ja, dann brauchen wir das noch ein bisschen. Ich hab immer Glas. Glas hier. Ich weiß noch grad gar nicht, wie ich das verbauen soll. Das ist über meine Maß. Ich rauche Gras. Alles klar. Na dann... Hältst du einfach mal deine Schnauze wieder. Ah, ich dachte, da kommt jetzt noch Ende rein. Nö. Hab mich schon so vorbereitet. So seelisch, physisch. So zum Counting, gell? Hast du, ich dachte schon. Na wo, 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 Klaas? Schau mal, wo bist du? Ich schiebe. Ich schiebe. Ich schiebe. Ich schiebung. Wer hat das gesagt, hast du? Jetzt erinnere ich mich wieder. Hier oben. Ja. Aber warte, da oben ist noch, glaube ich, eine Fackel. Ich müsste der Fackelentferner. Ist jetzt schon dabei. Jetzt such dich hier. Erstmal schauen. Hi Creepy. Echt bei dir? Damit es hier echt aussieht. Nice. Natürlich. Das sieht man zwar von hier nicht, aber ist auch klar. Zieht man es nicht von hier? Nicht jetzt das hier weg. Ja. Ja, sieht man. Ah. So. Wohin kommt jetzt das wundervolle Klaas? Ähm. Warte. Ich weiß gar nicht, warum ich das da doppelt aufgefüllt habe. Auf jeden Fall. Warte. So. Ich muss es jetzt erstmal hier ein bisschen schöner machen. Soll ich auch nicht hier rechts hin tun? Ja, tu hier so ein bisschen bis zur Ecke am besten. Also bis hier. Nicht heute. Ja. Bleib da, genau. Perfekt. Nicht so. Ja. Wie geht das nicht? Das ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Ich muss da noch erstmal ein bisschen Feinschliff machen. Ja, da auch. Ähm. Ich habe Fehler gemacht. Hä? Was mache ich denn eigentlich? What the fuck, Alter? Komplett behindert. Ja, genau. Größter Fehler in meiner Karriere. Okay. Ähm. Kostet Kloster? Ja. Wohin? Oben. In die Decke halt so. Das hast du hier zwischendrin rein. Okay. Ich mache es jetzt mal ein bisschen rhythmisch. Alle fünf. Ein. Also mal am Anfang. Nimm mich hier. Eins. Eins. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ich weiß echt nicht, wie es ist. Muss ich hier so sein. Viel Glück ist es in der Verhältnis zu sein. Nein. Nein. Sechs. Sie. Acht. Ach komm. Ich mache einfach so, dass es schön aus sieht. Shit. Hm? Das kann es nicht sein. Das glaube ich dir jetzt aber nicht. Warte mal. Warum ist das hier so komisch? Hm? Nein, nein. Da. Da musst du sein. Warum? Weil. Ähm. Ich nur zwei hohe Diorit-Dinge haben will. So. Ja. Ich habe keinen Bock dann. Also. Hier kommt dann. Das. Eigentlich müsste ich die alle weg machen. Aber scheiß. Ja. Muss ich es hier aber auch. Hä? Hm? Was ist denn mit dem hier? Hä? Irgendwann stimmt hier nicht. Ja. Du hast es hier vergessen. Ach so. Diese Wand. Ne. Die Wand ist hier. Falsch. Ich weiß die hier. Die kannst du aber nicht weg machen. Weil dahinter die andere Wand ist. Oh. Oh. Ja. Deswegen. So. Warte. Nein. Jetzt mache ich hier. Hier. Gewinn nur noch zwei Cluster. Ja. Noch eins. Ich hoffe es geht noch eins weiter. Wenn du noch ein Glas hast, dann tun wir hier noch ein bisschen rein. Ich habe immer Glas. Wohin? Hier. In diese Löcher hier. Ich habe die Löcher gestopft. Endlich mal hast du auch ein Loch gestopfen können. Du Arme. Du musstest so lange auf diesen Moment warten. Hat sich gelungen. Ja. Du hast dich aufgespart für etwas. Besseres. Du Michael Jackson. Du hast dich für Kinder aufgespart. Oder wie? Oh. Was sind das so Vorwürfe? Das hast du gesagt. Ohne Beweis. Hä? Hä? Ah. Okay. Wir brauchen einfach noch zwei Diorite oder sowas. Das gibt es doch nicht. Ich bin schon dabei. Wir haben drei Diorite, aber kein Polish Diorite. Ich habe zwei Diorite, immer im Winter. Oh, das ist gut. Und hier muss halt überall noch fucking shit. Slaps. Oh. Verwechslungsgefahr. Was für Verwechslungsgefahr. Schrauscht du wieder. Schrauscht. Schrauscht. Schrauscht drauf. Ich will nicht versuchen, dich zu verstehen. Hier? Das ist vollständig sein. Such. Nicht Endeszeit, Diorite, Paul. Ja, ich habe Diorite. Ich rede über Sandler. Achso. Ich versuche mich doch einmal, mich zu verstehen. Ich versuche es die ganze Zeit, aber du gibst deine Mannacht nach einer Sekunde auf. Sagst dann so, passt, passt. Das ist, weil das unwichtig ist. Nicht, weil du mich nicht verstanden hast. Ja, aber ich habe dich ja nicht verstanden. Das ist, weil du mich nicht verstanden hast und es unwichtig ist. Achso. So, dass es diesen Aufwand nicht wird, ist es noch wohl zu sein. Ja, jetzt geht's, macht's Sinn. Eins. Wo konntest du andere hin? Welches andere? Ein Diorite. Achso, der unten. Ich habe eins schon hingetan. Da an der Seite war eins und hier irgendwo. Das habe ich auch schon gemacht. Warte, 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 ganz kurz. Ja, okay. Teamwork. Irgendwas fehlt hier, Mann. Da war aber noch eins. Wo war das? Ich habe es auch schon komplett gemacht. Vorhin. Ah, hier hast du es. Was ist das? Achso, das war ja falsch. Warte kurz. Das war nicht mehr viel. Das sieht man jetzt aber hier. Aber das sieht dann dreckig aus. Warum geht's hier eigentlich nicht weiter? Äh, Ampfen. Beim Start. Und Ampfen. Oh, Uno Momento. I have a jab. Okay, ich glaube, dies passt so. Es ist schon 19.52 Uhr. Echt? Ich will nicht. No. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Du willst was nicht? Was hast du gemacht? Ich will es dir nicht sagen. Sag. Sag oder stirb. Ich nehme den Tod. Es sieht so beschissen aus hier. Warte, wie wär's denn, wenn ich... Warte kurz, warte kurz. Ich will was bauen. Ich will ein Haus bauen. Ich weiß auch nicht wo. Und was. Wie sieht es denn aus, wenn ich das hier so... Kommt, ich geh jetzt einfach Ding fangen. Closed on und... ...was andere. Was ist denn das andere? Geh doch einmal hin. Was will ich da? Ja, die Weltbildracht. Scheiß drauf. Hinzuschauen. Diese wundervolle Landschaft, sag ich. Oh, das ging gleich. Danke. Danke für die Sterne. Die sind hier noch voll viele Minitüme. Ist das vorne? Ne. Hab einfach nur frisch geschaut. Boah, Mann, 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 Mann. Endlich fertig. Was ist das für ein... Ach so. Ach so. Ja, wie wär's denn mal, wenn du... ...die Gleise verlegst, oder so? Ne, ich bin grad in dem Lied. Suche. Schon wieder? Ich suche das Ding. Hm. Er kann echt Gleise verlegen. Komm zurück. Okay. Ja, 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 ja. Ich glaube, wir einfach ohne Sinn die ganze Zeit hin und her. Übel, Alter. Wir haben so viele Pläne. Zum Beispiel könntest du dieses, ähm, Teil deiner Mitte schön machen. Also, da unten. Hier unseren Untergrund-Unterschlupf. Stimmt. Ich könnte hier halt nicht... ...mitereinander verbinden, oder so. Ich weiß aber schon, die Pricks. Ich kann wieder nicht durch die Kacktür. Ich kann dir ganz viele geben, ich brauch die halt nicht. Dann komm ich durch diese Kacktür, die durch. Weil du Kacke bist. Die Tür ist Kacke. Weil du die Tür beleidigst. Ich will, die geht nicht. Nö. Das machst du nicht. Newton, so. Oh, was, das sagst du jetzt? Okay, der war schon unangebracht, um ehrlich zu sein. Hm? Der war schon unangebracht. Dann ist gut. Relax, ich kann keine Kisten. Ich komm gleich wieder. Hey, warum lagst du bei dir? Du bist der Server. What the fuck? Try to restart your Kackgame. Ach, komm, lag mich. Hey, Minecraft. Was? Starte noch einmal. Ha. Ha. Gesundheit. Was für ha-ha. Du niehst Liso. What the fuck? Ich hab grad gemacht, weil ich so gecheckt hab. Ich huste gleich. Warnung. Warnung. Ach, du hast gehustet, nicht genießt. Genießt, Entschuldige. Ach so, du hast dann doch genießt. Die Geburt. Eines Gottes. Ne, die Ausgeburt der Hölle wollte ich ja nicht sagen, aber eines Gottes geht natürlich auch. Polished. Alter. Aus dem Weg. Tu, tu, tu. Die Eisenbahn. Wir brauchen die roten Feinde, gell? Er will mit. Ja, das machen wir ja auch auf und zu dazwischen. Und damit binden wir auch die Folge. Gehen. Immer so richtig aus dem Nichts. Ja, aber die Gleise sehen mittlerweile cool aus. Ja, das sind so 3D, gell? Ja, das sind, ja. Die kleben nicht mehr nur am Boden. Und die Ecken sind gar nicht los. Egal, auf jeden Fall. Hey, warte. Ich verleg noch kurz die Schienen danach, dass deine blöde Folge werden. Dann, okay, okay, dann machen wir es danach, so. Ja, endlich geht die Folge mal nach mir. Die Folge wird nie enden, solange ich diese Schienen nicht gell. Ja, so endet sie wahrscheinlich so in 10 Minuten, das so. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab's gefunden, den ein Ort. Welche ein Ort? Kann ich zwei Orte gefunden. Hast du die Rüte noch dabei? Äh, ne. Ein Polished-Türütel. Der ist hier am Anfang. Nee, 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 da kommt Klaus-Türütel rein. So, dann passt. Ja. Nee, nee, nee. Das ist meine Nase. Ähm. Brick? Nein, Nase. Neter Brick. Gesundheit. Danke. Neter Bricks. Bricks del Neter. Ich? Ja, ich brauche Neter Bricks. Bricks. Brick. 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 Genau das sollte ich sagen. Oh, das reicht halt echt perfekt. Ich hab nur noch eine Schiene übrig. Hast du alles wundervoll geregelt mit deinen Schienen? Ja, jetzt können sie die wundervolle Folge werden. Warte, warte, ja. Äh, öh, öh. Vielen Dank. Ich nehme mir die wieder auf, Mann, was ist hier los? Da findest du es jetzt ist. Was ist das? Oh, nee. Danke. Danke. Ah, ich will noch noch Zeug. Wo? Höchstlich. Die hast du wahrscheinlich gerade gemacht, warum? Nee, die waren, die waren da. War echt? War echt. War echt. Lächter, Mann. Oh, Lächter. Nee. Ich hab... Facken. Ja. Da muss ich einfach schön aussehen. Ja, ich kann schön machen, wenn wir... Ich hab' das nicht, ich hab' das nicht. Das ist aber jetzt. Ja, ja, da. Gut, das sieht richtig nice aus jetzt, also schon. Finde ich auch. Aber runter geht man schwer, ist mir egal. Hauptsache, es sieht gut aus, man soll ja hier nicht laufen. Es geht ja um das Fahren und nicht um das Laufen. Ja. Ja, ist aber echt so. Jetzt muss ich erst mal schauen, wie man diese Drecksteile macht. Häh! Genauso. LOL. Du hast es erfasst. Das war ein Dschihadist, sein Vater. Der ist runtergesprungen und hat sich dabei in die Luft gespringt, Mann. Bester Mensch. Also da... Der verdient meinen Respekt. Ja. Da hat die Isis einen guten Job getan. Ja. Einen guten Typen erzogen. Oh. 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 Oh, Mülleimer. Upgrade. Man kann es ja von einem Block höher werfen. Und wenn man reinfällt, kann man nicht mehr raus. Powertrail. Hier, wir haben schon vier Stück, wir haben schon vier Stück. Ich weiß echt nicht mehr, wie das geht. Und wir haben halt gar kein Eisen. Das ist das Problem. Ja, kannst du farm gehen? Nö. Ich benutze unser letztes Eisen dafür. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich mache es. Ich weiß ja echt nicht, wie es hat sich bestimmt geändert, oder? Naja. Ach. Bist du erfahren wie in der nächsten. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Und ich bedanke mich. Und Levent bedankt sie natürlich auch. Natürlich. Natürlich. Als ob ich mich nicht bedanken würde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Pfff. Bis zum nächsten Mal.